Skoll-Sop fragt, kannst du mal was total random zeichnen? Erst male ich den Korb, dann radiere ich ein paar Details weg und dann 1, 2, 3 und ein Stück Scheiße. Ein Stern, der deinen Namen trägt, ein Stern. DJ Ötzi ist der beste DJ. Ein Stern, der deinen Namen trägt, ein Stern. Das war die zweite Ladung und... Bitte töte mich. Deshalb, ApoRat, Dora the Explorer, willst du mich ficken? Könnt ihr nachvollziehen, wieso ich nicht wieder stehen konnte? Ruck. Okay. Discount Raser. Guck mal wie schön die Sonne scheint, jetzt kommt endlich die Zeit. Für'n Dosenbier, auf dem Spiel bleibt's hier. Macht euch mal weg, hier sitzen wir, trinken schön unser Bier. Auf unserer Bank, den ganzen Sommer lang. Die Kumpels und ich, wir haben's probiert. Plastikflasche und Bier. Ja, geiler Beat. Spaß. Liebe Gamer, bitte verschone mich. Bitte mache meinen Kanal nicht dicht. Ich play hier nur ein Game, zerstöre bitte nicht mein Fame. Das wäre ziemlich lame, bitte auch kein Claim. Im Grunde wäre es das same, also Finger wechseln, fertig im Zay. Liebe Gamer, bitte verschone mich. Bitte mache meinen Kanal nicht dicht. Ich play hier nur ein Game, zerstöre bitte nicht mein Fame. Das wäre ziemlich lame, bitte auch kein Claim. Im Grunde wäre es der Sane Mal zur Fikker wechseln werde ich insane Äh, äh, perfekt Oh, nicht so, nicht so weit Oh, lol